Endlich sind wir vollzählig und dementsprechend könnt ihr euch auf folgende Leute freuen. Hallo Leute, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar eine Art Must Haves beziehungsweise Favoriten Video und da würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen und tschüss. Hey Leute, was geht? Wir machen heute die Dizzy Penalty Challenge. Ja. Wir sind getroffen, alles klar, bis zum nächsten Mal, ciao. Hi Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video von Wie ihr seht, sind wir gerade am Flughafen, weil wir auf dem Weg nach Thailand sind. Battle day, battle day, battle day, it's our paradise, we need the war zone, it's our paradise, we need the war zone. Das wird großartig. Wir treffen uns auch am 1. Juli-Wochenende schon mit den Bootcamplern zusammen auf einem Schloss. Und das mache ich und das macht die liebe Julia. Nicht nur so, sondern mit allen Studio71-Creatoren, die sich dazu angemeldet haben. Da sind unter anderem Leute wie LeFloid da, Kelly höchstwahrscheinlich, Kedos vielleicht, Tom Schaffel, großer Fan. Vielleicht Boris Becker, wir sind uns nicht ganz sicher. Also das habe ich nur so durchmunkeln hören, man weiß ja nie. Dort gibt es dann verschiedene Workshops für die einzelnen Creator im Bootcamp, aber auch für die anderen Creator, die dann am Wochenende da sein werden. Das ist super für Networking. Wir freuen uns megamäßig drauf und freuen uns auch auf die Workshops, die wir eben mit den einzelnen Kandidaten eingehen können. Wir freuen uns auf das Wochenende. Jetzt steht hier noch was. Mann aus der Regie, der nicht da ist, weil du nur im Bildschirm bist. Bis bald. Ciao. Obligatorische YouTube-Blende. Mein Block ist der Gesang.